Heute ist Montag, es ist wieder einmal allerhöchste Zeit für die Montagsfrage und die lautet heute, was macht eigentlich der Bundesgeschäftsführer der Piratenpartei? Den kennen Sie nicht? Jetzt bitte ich Sie aber. Das ist doch der Johannes Ponader, der damals als erster Pirat überhaupt die Quasselfregatte von Günter Jauch geändert hatte, der mit dieser fusseligen Strickjacke und den Riemchensandalen, der während der Sendung ununterbrochen auf seinem Twitter-Apparat rumgetwittert hat, weil er Kontakt mit seiner Basis aufnehmen wollte. Also ich fand den damals wirklich witzig. Endlich mal einer, der diese verkrusteten Fernsehgesprächsrituale ein bisschen aufmischte und für spürbare Irritation in der stocksteifen Gesprächsrunde sorgte. Das war in der Zeit, als das Piratenschiff noch ganz oben auf der Erfolgswelle segelte. Aber dann kam plötzlich die große Windstille und mittlerweile dümpelt die Piratenjolle hart an der 5%-Grenze. Es herrscht die totale Flaute im Mast und an Bord eine Stimmung wie seinerzeit auf der legendären Bounty. Unten im Laderaum, an der Basis sozusagen, bohren die Besatzungsmitglieder ein Loch nach dem anderen in den ohnehin porösen Rumpf, während oben auf der Brücke, wo normalerweise die Kommandos gegeben werden, die Offiziere eine Riesenprügelei inszenieren, in deren Verlauf ein Oberpirat nach dem anderen frustriert von Bord springt, um den Freischwimmer zu machen. Und mittendrin in dem ganzen Chaos der Johannes Ponader, der vorübergehend komplett den Überblick verloren hatte. Statt sich als Bundesgeschäftsführer um die Bundesgeschäfte seiner Partei zu kümmern, rief er die Mitglieder zu einer Spendenaktion auf, deren Erlös er zur Finanzierung seines eigenen Lebensunterhalts verwenden wollte. Aber die Nassauer Aktion hat er jetzt gestoppt und erklärt in einem Interview in der heutigen Ausgabe des Spiegels, ab sofort nur noch von seinem eigenen Geld leben zu wollen. Zu diesem Zweck arbeite er gerade an einem Kinderbuch, Titel »Tritratrolala, das Kasperle ist wieder da« oder »Gut soll er leben, lang soll er kleben«. Außerdem kündigt er an, sich in Zukunft häufiger ein Sakko überzuwerfen und im Fernsehen Socken anzuziehen, weil er, Zitat, »gelernt habe, dass viele Menschen das schätzen«. Na super, seine Partei geht gerade streitend den Bach runter und der Bundesgeschäftsführer kommt mit einer neuen Kleiderordnung. Aber damit niemand glaubt, er würde sich unter dem Druck der Öffentlichkeit verbiegen, versichert er gleichzeitig, er würde natürlich der Freak bleiben, der er im Grunde seines Wesens immer war. Und um das zu beweisen, verspricht er im aktuellen Interview hoch und heilig, »Wenn wir zum ersten Mal ein zweistelliges Wahlergebnis erreichen, dann lackiere ich mir die Zehennägel orange.« Also wenn Sie mich fragen, dann kann das der Johannes Ponader machen, wie er will. Hauptsache, er zieht sich anschließend ein paar Socken an.